In diesem Video werde ich die wichtigsten Hinweise und Tipps für den Pflichtteil der Abiturprüfung 2020 für Allgemeinbildende Gymnasien in Baden-Württemberg zusammenfassen. Bevor wir uns die einzelnen Abituraufgaben genauer anschauen werden, will ich euch ein paar kurze Hinweise geben. Diejenigen von euch, die sich beim Üben bereits mit älterer Abiturprüfung beschäftigt haben, ist wahrscheinlich schon ein gewisser wiederholbarer Muster aufgefallen. Und ja, anhand der Haupt- und Nachttermine der letzten Jahre kann man tatsächlich für die meisten Aufgaben einen gewissen Muster erkennen und diesen Muster will ich in diesem Video verdeutlichen. Und bereitet euch seelisch vor, auf eine Smarte ist, bestimmte Formeln und Sachverhalte müssen einfach auswendig gelernt werden. Außerdem findet ihr im Abspann dieses Videos auch Hinweise für den Wahlteil, also für die Bereiche Analysis, Vektorgeometrie oder Stochastik, sowie Playlists mit Tutorials zu verschiedenen Abitemen, die hier angesprochen werden. Aufgabe 1 Ist eigentlich eine klare Sache, es geht immer darum, eine Funktion abzuleiten und gegebenenfalls, soweit wie möglich, es zusammenzufassen. Was musst ihr dabei beachten? Naja, neben den Standardregeln wie Potenzfaktor und Summenregeln, bei denen natürlich auch ein paar Fallen auftauchen können, sind ganz gefährlich die Wurzel- und die Potenzfunktionen mit negativen Hochzahlen. Dazu will ich kurz zwei Formeln in Erinnerung bringen, für die Wurzelfunktionen. Die musst ihr immer nach diesem Muster umformen, also jede Wurzel kann man als eine rationale Hochzahl schreiben, entsprechend so. Oder bei den Potenzfunktionen mit negativen Exponenten, also wenn ihr x unter dem Durchstrich habt, dann müsst ihr es nach oben ziehen, dadurch ändert sich immer das Vorzeichen bei dem Exponenten. Außerdem gibt es noch zwei höhere Ableitungsregeln, in erster Reihe die Kettenregel. Zur Erinnerung habe ich die Formel noch hier rechts eingeblendet, sowie die Produktregel, die eigentlich auch jedem von euch bekannt sein sollte. Als kleiner Hinweis, die Quotientenregel ist dieses Jahr noch nicht Teil des Lehrstoffes. Ihr könnt es optional anwenden, wenn notwendig. Aufgabe 2 Die Aufgaben 2 und 3 tauschen manchmal die Reihenfolge, das ist nicht fest definiert, allerdings bleibt es oder handelt sich um die gleichen Themengebiete. In erster Reihe kann es passieren, dass ihr eine Stammfunktion bilden müsst. Da müsst ihr nur darauf achten, die wichtigsten Regeln sind natürlich die lineare Substitution. Das ist die Regel, mit der man verkettete Funktionen aufleitet. Und noch wichtig sind die Stammfunktionen, die man bilden kann, mithilfe der ln-Funktion. Bei diesen Aufgaben geht es darum, irgendeine Stammfunktion zu bilden. Das bedeutet, die konstante c, die hinten entstehen kann, spielt keine Rolle. Allerdings gibt es auch Aufgaben, wo nicht irgendeine Stammfunktion, sondern niejenige Stammfunktion bestimmen werden muss, die eine bestimmte Bedingung erfüllt. Und zwar, da geht es auf jeden Fall darum, mithilfe der Randbedingung einen passenden Wert für c zu bestimmen. Außerdem kann es vorkommen, dass ihr ein Integral bestimmen müsst, sowie Flächeninhalte mithilfe der Integrale. Dafür braucht ihr natürlich den sogenannten Hauptsatz der Integral- und Differenzialrechnung, zur Änderung nochmal hier abgebildet. Und dabei müsst ihr aufpassen, beim Zusammenfassen des Terms, besondere Werte zum Beispiel beim Umgang mit der e-Funktion kennen. Ich habe hier die wichtigsten abgebildet. ln1 ist 0, ln1 ist 1 und eine wichtige Vereinfachungsregel für Logarithen. Wenn es um die Sinus- oder Kosinus-Funktionen geht, muss man natürlich auch die besonderen Werte kennen. Und entweder man lernt eine Wertetabelle auswendig oder man merkt sich einfach die Schaubilder von Sinus und Kosinus wenigstens für eine ganze Periode, also für 2π. Aufgabe 3 Da geht es meistens darum, eine Gleichung zu lösen. Und zur Erinnerung, es gibt ein paar sehr wichtige Ansätze zur Lösung von Gleichungen, zum Beispiel Satz vom Nullprodukt, Substitution oder die ABC- bzw. Mitternachtsformel. Bei den Gleichungen können in erster Reihe natürlich Exponentialgleichungen auftreten. Dann müsst ihr einfach auf den Wertebereich der e-Funktion aufpassen. Die e-Funktion kann nie negativ bzw. Null sein. Außerdem können natürlich auch trigonometrische Gleichungen auftreten. Wie vorher erwähnt, man muss die Schaubilder von Sinus und Kosinus für mindestens eine Periode kennen oder alternativ die Wertetabelle lernen. Und im schlimmsten Fall kann es sich natürlich auch um eine Bruchgleichung handeln. Da als kleiner Hinweis lohnt es sich meistens zuerst mit dem Hauptnenner durchzumultiplizieren und natürlich auf dem Definitionsbereich zu achten. Sehr selten sind hier auch noch andere Themengebiete aufgetaucht und zwar eventuell die Gleichung einer Tangenten und Normalen aufzustellen. Zur Erinnerung nochmal die Gleichung der Tangente, die die meisten Lehrernunterricht benutzen, die auch in der Merkhilfe vorgeschrieben ist. Und hier rechts nochmal die Gleichung der Normalen. Also dieses Themengebiet solltet ihr sowieso anschauen. Es ist auch für den Wahlteil sinnvoll. Aufgabe 4 Hier handelt es sich meistens um Aufgaben mit Schaubilder, wo man hinsichtlich ihrer Ableitung oder Stammfunktion Aussagen begründen muss. Dabei musst ihr hauptsächlich das grafische Ableiten oder Differenzieren beherrschen, sowie grafisches Aufleiten oder die Bedeutung der Integralfunktion mit natürlich Monotonie und Krümmungsverhalten. Natürlich können vereinzelnd auch andere Aussagen vorkommen, allerdings deckt ihr mit den erwähnten Themen die meisten Fragen. Alternativ können auch Schaubilder auftauchen, die in Zusammenhang mit den klassischen Eigenschaften von Funktionen zusammengebracht werden können. Und damit meine ich natürlich Verschiebung, Streckung, Spiegelung oder Verhalten gegen Plus, Minus und Endlich. Und diese Eigenschaften müsst ihr dann erkennen und interpretieren im Zusammenhang mit der natürlichen Exponentialfunktion, also mit der E-Funktion, trigonometrische Funktionen, also Sinus und Kosinus, sowie gebrochenrationale Funktionen. Aufgabe 5. Hier fängt die analytische Geometrie oder der Vektorgeometrie-Teil an. Und Aufgabe 5 und 6 tauschen meistens wieder Themen untereinander. Aber hauptsächlich könnt ihr hier bei der Aufgabe 5 Aufgaben im Zusammenhang mit Lagebeziehungen erwarten. Damit ist natürlich gemeint, gegenseitige Lage von Geraden, von Ebenen bzw. Geraden und Ebenen. Außerdem kann es vorkommen, dass ihr die besondere Lage von Ebenen erkennen müsst, bzw. sie auch manchmal ein Koordinatsystem zeichnen solltet, natürlich anhand der Spurpunkte bzw. Spurgeraden. Als Teilaufgabe kann es häufiger passieren, dass auch Grundlagen der Vektorgeometrie gefragt werden. Damit meine ich solche Sachen wie die Länge eines Vektors, dann Skalarprodukt oder Vektor bzw. Kreuzprodukt, sowie Linearkombinationen oder Bestimmung von Mittelpunkten. Aufgabe 6. Hier geht es meistens darum, Aufgaben im Zusammenhang mit den verschiedenen Ebenenformen zu bearbeiten. Damit meine ich Parametergleichung, Normalengleichung oder Koordinatengleichung. Und natürlich ist es wichtig, dass ihr in der Lage seid, umzuformen von der einen oder anderen Formen unter anderem mit Hilfe des Vektor- oder Kreuzprodukts. Außerdem spielen häufig die Abstandsprobleme eine sehr wichtige Rolle. Damit meine ich natürlich einmal Abstandpunkt Ebene, was ihr entweder mit der hessischen normalen Form oder mit dem Lotfußpunktverfahren berechnen müsst. Und Abstandpunkt Gerade. Da müsst ihr ein Verfahren kennen. Beispielsweise stehen Orthogonalitätsverfahren oder das Verfahren mit Hilfe einer Ebene zur Verfügung. Was hier an dieser Stelle noch seltener vorkommen kann, sind natürlich die Spiegelungen. Da müsst ihr einfach nur die Grundfälle kennen. Punkt, Punkt, Punkt Ebene, Spiegelung, Punkt Gerade oder Gerade Ebene. Und die letzte Aufgabe, 7. Natürlich gehört dieser Aufgabe dem Stochastik- oder Wahrscheinlichkeitsrechnungsbereich. Hier können Aufgaben im Zusammenhang mit Baumdiagrammen vorkommen. Dabei ist natürlich wichtig, dass ihr zwischen diese zwei Arten von Ziehungen unterscheidet, mit und ohne zurücklegen. Und dass ihr auch häufiger an das Gegeneignis denkt. Es ist ein sehr nützliches Mittel. Ein weiteres Themengebiet an dieser Stelle ist der Erwartungswert von Glücksspielen. Zur Erinnerung, grob gesagt, der Erwartungswert ist immer Gewinn mal Wahrscheinlichkeit. Und natürlich geht es hier in erster Reihe darum, ein faires Spiel zu erkennen, also wenn das Erwartungswert 0 ist, beziehungsweise Einsatz-, Auszahlung- und Wahrscheinlichkeitsanpassungen vorzunehmen. Last but not least, Binomialverteilung oder die sogenannten Bernoulli-Experimente. Natürlich ist es hier an dieser Stelle sehr wichtig, dass ihr mit der Formel umgehen könnt, beziehungsweise auch Binomialkoeffizienten ausrechnet. Deshalb zur Erinnerung hier kurz die Bernoulli-Formel, beziehungsweise die Formel, mit der man die Binomialkoeffizienten ausrechnet. Und natürlich spielt noch das Auswerten und Interpretieren von Histogrammen eine Rolle. Und in diesem Zusammenhang ist auch natürlich der Erwartungswert der Binomialverteilung nicht zu vernachlässigen. Zur Erinnerung hier die Formel, Mu ist gleich N mal P. Ich hoffe, dass euch diese Zusammenfassung eine Übersicht über den Leerstoff vermitteln konnte und wünsche euch natürlich viel Erfolg.